Herzlich Willkommen zurück aus der Pause. Es war schön dieses Mal, aber es ging sehr schnell vorbei. Ihr wisst, dass ich ein großer Freund vom Aufbrauchen bin und vom bewussten Konsumieren. Und deswegen gibt es dieses Format hier auch mal wieder seit langem, denn ich habe einfach ein Haftes Zeug, das ich aufbrochen sollte. Und an diesem Format ist natürlich der Knackpunkt, das sind keine Produkte drin, die ich eh aufbrauche, sondern das sind alles Produkte, mit denen ich Schwierigkeiten habe. Das sind nicht meine Lieblingsprodukte und die landen oftmals so, das sind so, das ist so ein Grundstock an Produkten, die sich anhäufen im Bad. Das kennt ihr und das will ich einfach nicht mehr. Also ich habe mir angewöhnt, nur einen bestimmten Platz für meine Produkte zu haben. Und wenn der Platz halt aufgebraucht ist, dann muss ich halt selber aufbrauchen und so ist es halt im Moment. Deswegen heute mal ein Project Ten Pan und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ich habe wieder mein schlaues Büchchen. Die Waage, mit der ich die ganzen Sachen gewogen habe, findest du unten in der Infobox verlinkt. Das ist ein Affiliate-Link. Da kriege ich eine kleine Provision, wenn du über den Link bestellst. Also Waage findest du unten. Das ist eine Briefwaage und so, das ist immer geschickt zu haben, wenn man mal was abbiegen muss. Posttechnisch beispielsweise, aber auch, wenn du wissen möchtest, was ein Kramprodukt ist, gerade beim Sonnenschutz, das ist auch ganz geschickt. Also guck dir gerne die Waage mal unten in der Infobox an. Und hier habe ich mein kleines schlaues Büchchen. Und wir legen los mit meinem Produkt, was ich in meiner letzten Review-Woche vorgestellt habe. Mit dem Produkt komme ich nicht ganz so zurecht, muss ich sagen. Also ich mag es nicht so und deswegen bleibt es halt einfach übrig. Aber öfter war das vom Volumen her ein recht großes Produkt ist mit 30 Milliliter. Aber die Flasche ist halt sehr, ja, klobig, finde ich. Muss ich dann Fokus jetzt draufsetzen, weil das, ich mag es nicht so und deswegen rutscht es immer schön nach hinten bei mir im Schrank. Ich habe es jetzt jedes Mal bewusst wieder nach vorne gepackt. Und mit 115,78 Gramm starte ich natürlich mit dem Produkt. Das ist natürlich erst nächsten Monat richtig interessant, was ich wirklich aufgebraucht habe. Und als zweites, es gab eine lange Zeit dieses Waschgel. Ich werde euch mal mein Video des Oldies but Goldies verlinken, das ist nämlich das Waschgel, das von Balea Expert drin. Es gab es der Zeit lang nicht, deswegen habe ich mir das Serum hier geholt. Hier sind nämlich AHA mit drin. Und durch das, dass ich jetzt aber das Waschgel wieder habe, möchte ich oftmals nicht doppelt AHA haben. Obwohl das in dem Waschgel nicht ganz so hoch dosiert ist, rutscht es trotzdem ganz oft irgendwie nach hinten. Und da muss ich auch einen Fokus draufsetzen. 89,55. Das wird für mich kein Kandidat, definitiv nicht zum Nachkaufen, weil das ist für mich einfach, ich finde es gut, keine Frage. Aber für mich hat es einfach gezeigt, es passt nicht in meine Routine rein. So, das Azelensäureprodukt von No, das ist recht ölig. Mit dem habe ich meine Schwierigkeiten. Vier Tropfen, fünf Tropfen, okay. Mehr soll es da eigentlich im Endeffekt nicht nehmen. Aber mir, für mich ist das oftmals schon zu fettig. Also, ich finde es ein bisschen schade, wie das Produkt halt konzipiert ist. Es geht anders. Es hat Face Theory, wie habe ich das jetzt betont? Face Theory hat es bewiesen, dass das auf jeden Fall anders konzipiert werden kann. Hier habe ich halt, wie gesagt, ich bin halt jemand, der eine Mischhaut in Richtung fettig hat. Und ich gebe mir halt ungern ins Gesicht. Jetzt, wo es kälter ist, ist es ganz okay. Aber ich glaube, ich werde noch eine ganze Weile von dem Produkt haben. 57,51 Gramm. Und bei mir steht halt ein bisschen auch im Fokus, mal wieder neue Produkte zu testen. Und wenn man sowas testet, dann will man natürlich das auch so ein bisschen ergiebig testen. Dann müssten die Alten mal so ein bisschen leer werden. So, Beauty Glamm. Das habe ich jetzt auch relativ lange bei mir. Und das ist auch 30 Milliliter. Das ist ein recht hohes Fläschchen. Das stört also nicht ganz so. Nichtsdestotrotz möchte ich es halt trotzdem aufbrauchen. Und 65,19, das ist das Retinol. Es ist kein echtes Retinol drin. Ich mag das aber lustigerweise, ist es auch ölig. Ich mag es aber von der Art und Weise her, wie es pflegt, ganz gerne. Vielleicht kommt mir das zugute und ich kriege es deswegen leer. Balea Med Zika Creme. Ich habe tatsächlich vier Cremes auf. Zwei davon so einem jetzigen Project Ten Pen. Und ich werde natürlich ja auch Sachen aufbrauchen. Und dann werden da neue reinrutschen. Die ist noch fast voll. Ich habe mir überlegt gehabt, schenke ich sie jetzt her oder brauche ich sie selber auf? 49,27. Und ich weiß, dass ich wirklich vier Cremes aufhabe, ist das natürlich eine schwere Nummer. Eine Creme, die fast leer ist. Die wird vermutlich nächsten Monat schon gar nicht mehr am Project Ten Pen drin sein. Ich verwende sie gerade abends immer. Für abends ist sie fast ein bisschen zu lasch auf der Brust. Das ist ja auch eine Tagescreme. Aber da nehme ich dann die öligen Serien und dann passt das irgendwie. Das ist die Niacinami Tagescreme. Ich verwende keine Tagescreme, weil ich halt einfach fettige Haut habe. Und die hat 37,18. Jetzt ein Produkt, was ich schon länger habe, aber auch schon länger ersetzt habe. Das Trockenshampoo. Wie ist die Marke Purematics? Gibt es, glaube ich, auch bei Rossmann im Online-Job. Ich habe es jetzt mal im Unverpackt-Laden, kaufe ich mir nicht mehr nach, weil für mich halt einfach Heilerde wunderbar funktioniert. Da gibt es eine ganz reine und die klappt bei mir an den Haaren. Also hier habe ich jetzt keine drin, man sieht es auch so ein bisschen. Und deswegen sollte das mal endlich leer werden, weil das total heute besser war als eine Pappverpackung. So, achso, wir müssen noch wissen, wie viel da drin ist noch. 82,99. Ich habe mir ein Produkt gekauft, was für mich nicht so wirklich funktioniert. Zum einen, weil die Art und Weise, wie du sie aufträgst, blöd ist. Ich habe viele Haare, aber ich habe feine Haare. Und wenn du in feine Haare so ein Zeug reinsprühen musst, das gehört eigentlich auf die Kopfhaut, es hat ja eigentlich ein Applikator sein. Wer hat sich so was dabei gedacht, um den Sprühkopf da drauf zu machen? Eine Applikator wäre ja an der Stelle wirklich viel, 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 viel besser. Und meine Haare sind halt danach nass. Wenn ich das auch bloß einmal draufsprühe und auf der Kopfhaut einmassiere, ist es trotzdem schwierig. Und mit 155,4,3 ist es natürlich noch fast voll. Und ich merke jetzt schon, ich fühle mich halt nicht gerne, weil es halt so unbequem ist zum Anwenden. Balea Expert Body Lotion. Die habe ich jetzt auch schon eine Weile und ich hasse sie. Ich mag die gar nicht. Die ist so wässrig und ich trage ja Kompressionsstrümpfe. Und anhand dessen sollte ich meine Beine hart immer gut gepflegt haben, weil das halt einfach besser für die Haut ist. Und auch was das Lipödem betrifft, ich dachte mir halt, boah, Niacinamide in einer Body Cream, das ist ja auch was Tolles. Hat sich halt leider herausgestellt, dass die nicht so gut ist. Und die ist ja auch noch relativ voll mit 185,98, was waren da ursprünglich drin? 200 Milliliter. Fehlt noch nicht viel. Und das letzte ist dieses Parfüm, die, die Wein, die Wein, Parfums, also die zwei Bossdifte, die ich mir da mal geholt habe, sind halt nicht so toll. Die halten nicht lange. Das ist halt echt mega, mega schade. Und da bin ich mit Larisse ein bisschen besser dran. Hätte ja gut sein können, aber sie sind halt auch riesengroß, die Flaschen. Mit 100 Milliliter sind da, glaube ich, drin. Das muss halt auch erstmal aufbrauchen. Und da habe ich noch 244,65 Gramm. Bin gespannt, wo wir im nächsten Monat stehen. Yo, hast du Bock mitzumachen beim Project Ten Pan? Ich würde mich wirklich freuen. Du kannst gerne auch mal auf Discord bei uns vorbeischauen. Da reden wir auch über das Aufbrauchen. Du findest den Link unten in der Infobox. Ich melde mich an der Stelle wieder ab. Bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben. Und hinterlasse einen Kommentar. Ich würde mich freuen. Ich sage danke fürs Einschalten. Und hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss!